Ich bin Almut Wieland, die Tochter. Schau mal, Papa, das ist Maria. Ihr hilft dir jetzt. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich will sie nicht. Ich will trinken. Hilfe! Ein gutes Gefühl, dass jetzt immer jemand da ist. Und den Vater nie alleine lassen. Nein. Herr Kurt? Da sind Sie. Ich bin doch hier, um Ihnen zu helfen. Sie braucht keine Hilfe. Schon gar nicht von einer Hose reden. Hau ab! Na, das ist ja mal ein schöner Anfang. Hätte ich das gewusst, wäre ich eher gekommen. Und du kümmerst dich jetzt also um Papa. Ihr Vater ist sehr nett. Hast es ja gleich geschafft. Gar nie mehr. Es gibt Länder, da werden die Leute alles tun, um einmal so leckere Torte zu essen. Schmeckt dir unser Essen nicht? Ich dachte, ich koche heute an für euch. Ein ukrainisches Gericht aus meiner Heimat. Das ist wirklich nett gemeint. Aber ich fürchte, da muss ich leider passen. Du, ist jetzt gefällig, was die Mama gekocht hat. Papa, wer ist diese Frau? Na, Marianne. Du wirst dich wirklich mal wieder selbst übertroffen, Marianne. Ich bin es doch, Maria. Hallo! Denn Irina, eure Karte ist angekommen. Ich möchte es nicht noch komplizierter als es ist. Das ist ja keine Sexfalle hier. Gut, was machst du da? Marianne! Verehrte Gäste, liebe Freunde, ich möchte etwas über meine Liebe sagen. Jetzt sind die Kinder so geduldig gewesen, als haben sie sich die Geschenke wirklich verdient. Die Kinder so geduldig gewesen,